Hallo zu InsidePolitics, Schrägstrich on the grid, heute beim Parlament in Wien. So, Einblendung zu Ende. Ja, für die Leute, die mich nicht kennen, Claudio Schiesel. Für die Leute, die mich kennen, Sibik. Ich bin Blogger aus Graz, mache mir natürlich immer wieder Gedanken zu Wien, der Politik. Ich bin ja eigentlich Wiener, aber meine Mutter ist Grazerin und in Graz habe ich eine größere Wohnung. Also, das ist der andere Unterschied mit Garten. Aber ich frage mich immer mehr, was soll das eigentlich? Ein Announcement am Anfang. Ich wechsle mal wieder die Seiten, es heißt ja InsidePolitics. Und ich gehe jetzt zur Bürgerliste in Graz. Die unabhängige Bürgerliste, wir, dreht nämlich bei den Gemeinderatswahlen an. Und dort bin ich Pressesprecher und wurde angestellt bis Februar und soll dafür sorgen, dass ich als Meinungsagitiere, sage ich mal, euch und viele andere davon überzeuge, dass Parteien eigentlich nicht mehr der richtige Weg sind, so wie wir sie halt leben. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, in Zeiten des Politfilts und des Parteienbuchwirtschaftssystems, was wir in Österreich haben, ist es wirklich an der Zeit umzudenken. Aber da soll jetzt keine Wahlwirkung werden. Am 4. Dezember ist Bundespräsidentenwahl und ich gehe nicht mehr zur Wahl. Mein Zettel bleibt weiß. Ich kann weder Hofer noch kann ich Van der Bellen wählen. Und beide sind mir suspekt, respektive die Ideen, die hinter beiden stehen. Nicht, dass beide Extremisten sind, aber mit der politischen Mitte haben beide ehrlich gesagt wenig zu tun. Und ich glaube auch nicht, dass das mit der Republik noch lange weitergeht, so wie wir es uns vorstellen. Es hat so viele Krisen in letzter Zeit gegeben. Medial wird natürlich heruntergespült, was geht. Umgekehrt wird auch kritisiert von Seiten der Medien, aber auch nur deswegen, weil sie sich, glaube ich, nicht gescheit im Parlament vertreten fühlen. Wir streiten über Kleinigkeiten herum. Wir haben vor kurzem darüber eh berichtet, auf YouTube gibt es ja diese österreichische Form der Regulierung. Sprich, wer auf YouTube Werbung schalten möchte oder Free Walls in seinen Beiträgen einblenden möchte, muss das vorher anmelden. Das Geile ist, das gilt sogar für Facebook Live. Das heißt, wenn du dich an deine Freunde wendest, in einem kurzen, zweiminütigen Video musst du das vorher anmelden bei der Behörde, weil es eine Live-Übertragung ist, wie aus dem Fernsehapparat. Wenn du sagst zu deinem Freunden herzlichen Dank für die schöne Weihnachtsfeier oder Geburtstagsfeier letzte Woche, dann musst du sagen, Dienstag 18.30 Uhr möchte ich das auf Facebook übertragen. Solche Gesetze sind für eine Zeit geschaffen, die es nicht mehr gibt, nämlich als der ORF der Staatsfunk war, Nummer 1. Und Nummer 2, ich bekomme kein Geld. Ich bekomme keine Unterstützung großartig jetzt, also ich kriege schon Spenden ab und an, sondern halt dann 10 Euro von diversen Kollegen, für die ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken möchte. Aber ich sage jedem von euch eins. Es gibt Radio- und Fernsehsender, die bekommen zwischen 150 und einer Million Euro, dass sie Frühstücksfernsehen oder Nachrichten senden. Das sind private Sender. Es gibt Förderung für Vereine, 54.000 Euro, wo Politiker vorne dran stehen. Es gibt eine unternehmerfeindliche Grundstimmung, wo kommunistische Organisationen wie die Wirtschaftskammer, anders kann man es gar nicht mehr formulieren, in Verbindung mit dem Sozialpartner Arbeiterkammer und SPÖ und anderen Parteien wie der ÖVP, Leuten etwas abzapfen wollen, weil sie sagen, wenn du auf YouTube 80 Euro einnimmst, bei 40.000 Zugriffen, musst du 400 Euro Mindestgebühr zahlen oder 270, das muss man sich nochmal anschauen, aber 270 bis 400 Euro, um bei der Wirtschaftskammer mitgliedpflichtig zu sein. Also ganz ehrlich, auch das, huschi husch. Ihr merkt, ich habe ein bisschen die Nasen voll. Ich werde natürlich weitermachen mit dem und schreiben, aber nicht jetzt eben explizit über Graz. Ich bedanke mich auch für 300 Beiträge, die wir jetzt haben, für bald 100 Folgen On The Grid und 30 Folgen Inside Politics. Die haben mich von Triest über Graz bis Wien nach Hamburg gebracht und ich habe viele interessante Leute kennengelernt. Ich habe auch viele interessante Leser kennengelernt und interessierte Leser und Hörer und Zuseher. Ich tue es für die Community, ich tue es für euch und ich sage hier wirklich herzlichen Dank für eure Unterstützung. Sei sie jetzt nicht finanziell, sondern einfach indem ihr meine Beiträge liest, teilt, liked etc. Ich bin jetzt nicht der Größte, aber ich sage, jeder von uns hat eine Selbstverantwortung und kann die unabhängig davon, wie das System in Österreich ist, noch leben. Und ich glaube, wir sollten alle dankbar sein, dass wir zumindestens, wenn wir schon nicht in einer Monarchie leben dürfen, in einer Republik leben, in der wir noch halbwegs eine freie Meinungsäußerung haben. Auch wenn Milliarden investiert werden oder sonst irgendwie Geld oder Förderungen springen, dass diese Köpfe schön zugemüllt werden. In dem Sinne, lebt lang und in Frieden, ihr werdet mich im Wahlkampf wahrscheinlich das eine oder andere Mal sehen. Claudio Schiesel goes off, wünscht euch an dieser Stelle schon mal frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Ich sage nur, bleibt dran, schaut es euch an, was wir oder meine Kollegen und Kolleginnen selbstverständlich weitermachen, was wir produzieren. Bleibt es dabei. Aber nicht von der Bellenwinn oder Hofer. Es bleibt dabei, ist ja eh schon das typisch österreichische. Inside Politics, mehr als Tagespolitik. Salut! Tschüss! 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 Tschüss!